Brigitte Schütze hat ihre Aluleiter an einen Baum gelehnt und säubert in drei Metern Höhe einen Fledermaus-Nistkasten. Aha, da sitzt schon jemand anders drin. Da haben wir einen Nachtfalter, also ist keine Fledermaus in der Nähe, sonst würde der jetzt da nicht drin sitzen. Der wäre schon verspeist. Sie ist Fledermaus-Betreuerin im Landkreis Schwandorf und sieht einmal im Jahr in 180 Nistkästen nach dem Rechten. Ausnahmsweise holt sie so einen kleinen pelzigen Flieger heraus. Wenn sie den Mund aufmacht, zeig mal deine Zähnchen. Ja, ja, zeig mal. Die Zähne der Fledermaus sind vollkommen harmlos und haben mit Vampiren überhaupt nichts zu tun. Doch bei vielen Menschen bleibt erst einmal Skepsis. Fledermäuse sind für viele Leute einfach beängstigend, weil sie halt schnell sind, weil sie flattern. Das ist immer irgendwas so, wo dann irgendwelche Urinstinkte wacher werden. Oh, da flattert irgendwas, könnte ich mich bedrohen. Am kommenden Wochenende ist es soweit. Zur europäischen Fledermaus-Nacht schwärmen nicht nur die geschützten Falter aus, sondern auch Besuchergruppen können sich ihnen Führungen nähern. Auf der Suche nach dem eigentlich unhörbaren Ruf der Fledermaus. Und der Bettdetektor ist halt einfach ein Gerät, mit dem man die Rufe der Fledermäuse hörbar machen kann. Sie rufen halt wirklich in dem hohen Bereich und bei der Führung selber machen wir das halt hörbar, weil der Detektor das praktisch runter moduliert in den hörbaren Bereich. Fledermäuse sind streng geschützt und dürfen weder bejagt noch ihr Lebensraum eingeengt werden. Manchmal nisten sie auch in Häusern. Fledermäuse sind Spaltenbewohner. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Haus eine Verkleidung habe und da ist ein kleiner Spalt drin, dann nutzt die Fledermaus das natürlich. Und wenn der Spalt halt genau über der Haustür ist, dann fällt der Kot natürlich immer vor die Haustür und das ist natürlich lästig. Lästig, aber ungefährlich eine Fledermaus im Wohnzimmer. Und wenn sich eine Fledermaus irgendwo in die Wohnung hin verflogen hat, Vorhang weg, Fenster aufmachen, die Fledermaus findet von selber wieder raus. Und Fledermäuse sind draußen nützlich. Bei ihrem nächtlichen Flug verspeisen sie ein Drittel ihres Eigengewichtes an Insekten, sagt Brigitte Schütze. Und wenn man sich das einmal vorstellt, diesen Berg an Mückenkäfern, Faltern und so weiter, dann ist das schon eine ganze Menge. Peter Temmessl, Evangelische Redaktion.